Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und heute mal wieder, nicht neben mir, aber am anderen Ende des Internets, Felix Röser. Moin, servus. Wir wollen heute über Schönwetterfotografen sprechen, beziehungsweise Schönwetterfotografie oder ist man auch gerne mal im Regen draußen und dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, Felix, ich habe mir Schönwetterfotografie mal als Thema aufgeschrieben, weil ich gerade von Anfängern oft so die Frage oder die Aussage bekomme vielmehr, ja, jetzt scheint ja hier gerade die Sonne, es ist strahlend blauer Himmel, keine Wolke am Himmel. Das ist doch das optimale Wetter zum Fotografieren. Da sage ich immer wieder, nein, das ist nicht so. Als typischer Landschaftsfotograf ist es halt eigentlich nicht so. Es gibt natürlich auch viele Fotografen, die sehr gerne so bei harschem Licht fotografieren. Ich persönlich gehöre nicht dazu. Ich weiß, dass es bei dir ähnlich ist. Definitiv, ja. Und ich würde gerne mal so ein bisschen mit dir über das Thema reden, vielleicht auch so ein bisschen philosophieren. Ja, schön, schön Wetterfotografie beziehungsweise halt auch mal bei rauen Bedingungen rausgehen. Machst du das oft? Finde ich immer besser eigentlich tatsächlich. Also schönes Wetter, blauer Himmel ist ja der Killer im Prinzip für jede, jedes Landschaftsfoto. Du willst ja eigentlich immer irgendwie erreichen, dass du ein bisschen, dass ein bisschen was im Himmel passiert. Einfach damit, ja, damit da irgendwas ist. Wenn du da einfach nur blauen Himmel und leere Fläche hast, ist es meistens ziemlich langweilig. Kann natürlich schon funktionieren für bestimmte Landschaftstypen. In der, zum Beispiel in der Wüste hast du ja eh relativ selten Wolken, aber da finde ich es eigentlich ganz schön, weil es so alles so schlicht ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel Sanddünen hast oder so, passen da sehr gut, passt da sehr gut so ein ganz, ganz sauberer Himmel im Prinzip dazu. Aber so grundsätzlich finde ich eigentlich ist es schon sehr ratsam, auch mal bei Regen zum Beispiel rauszugehen und gucken, was passiert. Oder Nebel allgemein. Nebel ist ja der feuchte Traum eines jeden Landschaftsfotografen im Prinzip. Ja, wie siehst du das? Also ist es so, dass du dich, wenn es regnet, verkriechst du dich dann zu Hause oder denkst du, ah, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance und gehe nach draußen? Ja, kommt natürlich immer so ein bisschen auf die exakten Bedingungen an. Also wenn es jetzt so ein richtiger Platzregen ist, wo du eigentlich nach zwei Minuten komplett durch bist, sowas halt auch schon, dann ist es natürlich was anderes, als wenn du jetzt so einen leichten Nieselregen hast und man ist ja nicht aus Zucker. Und so meine Erfahrung heraus, das kann wahrscheinlich der Basti Werner dann noch besser erklären, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Regenfront vor sich hat, das regnet durch und das hört aber zum Sonnenuntergang zum Beispiel auf. Aus meiner Erfahrung hast du die schönsten Sonnenuntergänge dann noch. Ja, definitiv so. Und ich bin aber auch schon gerne jemand, der auch bei so einem Nieselregen mal rausgeht, da können extrem schöne Fotos entstehen. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel die Manuela Palmberger bei uns im Podcast. Und die macht ja auch sehr gerne solche Moody Shots. Die sind halt auch von der ganzen Farbtemperatur ein bisschen bläulich-grünlicher gehalten, diese ganzen Bearbeitungen. Aber man sieht auch, dass sie auch bei einer bestimmten, also bei einem bestimmten Wetter aufgenommen worden sind. Und sie hatte zum Beispiel so eine Kampagne für Porsche fotografiert, da haben wir auch sehr intensiv drüber gesprochen. Und da siehst du zum Beispiel auch so Regentropfen auf der Scheibe von dem Porsche. Und das ist auch so ein Stilmittel, das macht enorm was her. Ja, also ich glaube, diese ganzen Bilder hätten überhaupt nicht gewirkt, wenn das jetzt bei Sonne und blauem Himmel fotografiert wurde. Null. Plus, es kommt ja dazu, jetzt gerade wenn du so ein Auto fotografierst, hast du ja bei klarem Himmel und bei Sonnenschein enorme Reflektionen in so einem Lack. Also in so einem Autolack. Das heißt, du willst ja da auch tatsächlich immer eher so einen verhangenen Himmel im Prinzip haben, damit du so ein schönes diffuses Licht einfach kriegst. Genau. Diffuses Licht generell ist eigentlich auch zum Film besser. Also wenn wir jetzt den Podcast zum Beispiel filmen, dann achten wir eigentlich auch mal darauf, wenn die Sonne knallt, dass wir uns irgendwo in den Schatten setzen. Nach Möglichkeit geht nicht immer. Aber wenn ihr jetzt mal die Podcast-Folgen so ein bisschen vergleicht, wir hatten zum Beispiel, als wir mit Aaron unterwegs waren, das war direkt die erste Podcast-Folge. Dort waren wir ganz oben auf dem Berg, bei einem See. Da gab es keinen Schatten. Das heißt, wir saßen zwangsweise dann in der Sonne. Dann hast du aber immer das Problem, auf der einen Seite, wenn jetzt die Sonne vielleicht von der Seite so kommt, auf der einen Seite Gesicht total im Licht. Auf der anderen Seite Schatten sieht meistens nicht ganz so gut aus, weil du es halt auch nicht kontrollieren kannst, wie es genau ist. Es ist nicht diffuses Licht, sondern ein sehr, sehr hartes Licht. Und das macht das Ganze halt meistens, man muss immer sagen, meistens, nicht immer. Es gibt natürlich auch viele Fotos, die bei ganz harschem Sonnenlicht eine coole Wirkung haben und die dann auch wieder, also man kann es nicht immer auf alle Bilder projizieren, was wir jetzt hier diskutieren, sondern es ist natürlich immer so, wir reden jetzt mal von den üblichen Landschaftsfotografen. Es ist halt, ja, da kann man ganz schwer pauschalisieren. Ich finde, zu jedem Landschaftstyp passt halt ein bestimmtes Wetter. Also in den Bergen beispielsweise ist es jetzt auch so, würde ich jetzt auch nicht unbedingt bei blauem Himmel gehen. Da ist es einfach schön, wenn so ein bisschen Wolken zwischen den Bergen durchziehen oder so. Also ich bin voll der Dramatyp geworden. Also ganz am Anfang meiner Fotografiezeit, natürlich, da habe ich auch mal so ein bisschen geguckt. Aber inzwischen bin ich eigentlich wirklich mehr so der Mensch geworden, der gerne rausgeht, wenn der Himmel dramatisch aussieht, wenn da eine coole Wolkenstruktur am Himmel ist, wenn vielleicht sogar die Chance besteht, dass die Wolken von unten von der Sonne nochmal angeleuchtet werden, wenn man eine krasse Nebestimmung irgendwo hat, wenn Wolken tief in den Bergen drin hängen. Das sind so die Szenarien, die ich eigentlich inzwischen am schönsten finde, weil es dem Bild eine Mystik verleiht, die einfach unbeschreiblich schön ist. Genau, ja. Also ich würde, glaube ich, auch tatsächlich so weit gehen, dass es sich bisher immer gelohnt hat, auch trotz schlechtem Wetter irgendwie den Arsch hochzukriegen und rauszugehen. Also viele meiner liebsten Aufnahmen sind, glaube ich, erst mal bei schlechtem Wetter entstanden. Und dann ist vielleicht noch irgendwas passiert. Dann ist es entweder noch aufgerissen. Würdest du das wirklich als schlechtes Wetter bezeichnen oder als, sagen wir mal, dramatisches Wetter? Weil schlechtes Wetter ist jetzt, das ist immer so eine Definitionssache, was definiert man jetzt wirklich als schlechtes Wetter? Für mich ist schlechtes Wetter tatsächlich, wenn es aus Eimern schüttet. Ja, im Volksmund schlechtes Wetter. Okay, ja genau. Also für die Nicht-Fotografen, was die als schlechtes Wetter bezeichnen, sobald es irgendwie ein bisschen gräulicher wird am Himmel, ist das quasi schlechtes Wetter. Genau, genau, genau. Also wie gesagt, ich glaube, wir wollen euch so ein bisschen ermutigen, falls ihr das nicht sowieso schon tut, weil viele tun das ja auch, die dann schon bei schlechtem Wetter auch rausgehen. Einfach so ein bisschen Inspiration geben. Wir blenden jetzt hier auch nochmal ein paar Bilder von uns ein, die tatsächlich wirklich bei Wetter entstanden sind, was man jetzt volksmäßig als schlechtes Wetter bezeichnen würde, die aber ohne diese Dramatik gar nicht diese Stimmung hätten. Und da wollen wir euch einfach nur so ein bisschen motivieren. Geht doch auch mal raus, wenn ihr normalerweise sagen würdet, das lohnt sich nicht, das Wetter ist nicht gut. Es gibt ja auch immer Situationen, beziehungsweise auch Kompositionen, wo der Himmel zum Beispiel gar nicht mehr drin ist. Also es ist ja auch durchaus so, ich hatte das zum Beispiel letztens in genau der Anders, in genau umgekehrter Reihenfolge quasi. Das heißt, das Wetter war gut, ich fand es zu gut, deswegen habe ich den Himmel aus der Komposition rausgenommen und habe die Komposition auch so gewählt, dass die ganze Szenerie quasi im Schatten lag. Dass man gar nicht gesehen hat, dass es pure Sonne war und am Tag. Und dann hat es auch wieder zu meinem Bildstil gepasst. Aber das ist ja das Coole an der Fotografie, dass du da halt adaptieren kannst und quasi je nachdem, was du für Bedingungen hast, dich halt anders mit der Landschaft oder mit deinem Motiv auseinandersetzen musst. Genau, ja. Schlussendlich kannst du immer irgendwas machen, du musst es halt nur schaffen, das irgendwie gut zu transportieren. Ja, definitiv. Unabhängig vom Wetter. Ja, das ist auch eine ganz gute Aussage eigentlich, dass man immer irgendein Foto machen kann, egal zu welchem Wetter. Ich habe auch schon draußen im Gewitter gestanden und habe fotografiert. Ja, egal. Das New York-Fotos ist mit einem Gewitter am Himmel, wo halt gerade wirklich ein Blitz in die Skyline einschlägt. Perfekt. Also cool. Und da würden wahrscheinlich viele sagen, oh, zum Gewitter gehe ich jetzt aber lieber nicht raus. Aber das sind schönste Momente. Man muss natürlich immer ein bisschen auf die Sicherheit achten. Und klar, wie gesagt, wenn du jetzt im strömenden Regen stehst, muss man dann vielleicht auch nicht machen. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dass du rausgehen kannst, dann zwing dich ruhig auch mal, auch wenn du normalerweise sagen würdest, bin ich eher jetzt nicht so ein Freund von. Ich glaube, das regt die Kreativität einfach sehr viel an. Definitiv, ja. Würde ich so unterschreiben. Ja. Schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort. Also Leute, geht raus, fotografiert, egal bei welchem Wetter und kommt mit was Gutes nach Hause. Ich bin mir sicher, wenn ihr danach die Fotos durchguckt und euch quasi zwingt kreativ zu werden, dass immer was Gutes bei rumkommt am Ende. Da wird was bei sein. Gehe ich auch von aus. Wenn ihr weiter Bildbearbeitung lernen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf meinem Online-Store vorbeischauen, www.stephan-schäfer.de. Dort gibt es Videotrainings zum Thema Lightroom und Photoshop. Ansonsten schaut auch mal bei Instagram bei Felix vorbei und auch bei Instagram bei mir. Dort könnt ihr gerne ein Like dalassen oder uns folgen. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch einen schönen Tag und wir hoffen natürlich ab weiterhin viel Spaß bei der Fotografie und bei der Bildbearbeitung. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.